Dass ich den Aaron 10 Jahre schon länger nicht mehr hatte, habe ich gemerkt, da es sich noch um das alte Design bei der Flasche gehandelt hat. Drum habe ich mir gesagt, stellen wir uns mal die aktuelle Version hier hin. Aaron 10 Jahre, 46 Volumenprozente. Damit sie hier nicht so alleine stehen muss, in Begleitung einer Fassstärke von Aaron, ohne Altersangabe. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Ich glaube, meine letzten Aarons hatte ich vor so circa einem Jahr. Es handelte sich um die drei Nachreifungen. Soutern, Port und Amarone. Ich weiß nicht, ob es in der Zwischenzeit was Neues da gibt. Ich glaube, da gab es in der Vergangenheit auch mal 1-2 Wechsel. Einen Sherry-Finish hatte ich damals gar nicht. Gab es, glaube ich, zu der Zeit nicht. Nun gut, dann hatte ich aber Sherry-mäßig Vibodega oder so ähnlich schimpft er sich. Fassstärke, kein Alter. Ja, so ein moderner Whisky, nenne ich es mal so. Hat mir nicht wirklich zugesagt. Und deshalb dachte ich, bleib mal klassisch. Wir nehmen die Quartercast-Reifung. Ich hole das Ding mal raus. The Booty. Die Behausung. Da ist auch so eine Hütte drauf. Ich war bei Aaron auf der Seite. Da sind sie nicht wirklich darauf eingegangen. Auf der Dose, so wie ich es gelesen habe, war auch nichts mit einer Behausung. Ich weiß nicht, warum er so heißt. Ist aber auch nicht interessant für uns, behaupte ich jetzt mal. Deshalb Dose weg. Und machen wir beim Zehner weiter. Hatte ich in einem Whisky-Quickie-Video. Das Whisky-Quickie-Konzept bin ich noch am überarbeiten. Oder ehrlich gesagt, ich bin in einer Pause. Ich war da zu steif bei den Videos. Generell fand ich die Idee gut. Und was ein ganz großer Punkt war, auch wenn es nicht danach aussieht, sie waren sehr aufwendig für mich. Ich habe jetzt die Texte nicht mehr aufgeschrieben. Aber ich habe ja praktisch diesen Malt vorher probiert. Oder wirklich probiert. Und dann überlegt, wie kann ich die Eindrücke in einen schönen Satz zusammenfassen. Und das Ganze kam zu Hölzern rüber. Und ja, muss ich nochmal irgendwie überarbeiten. Generell hat mir die Idee ganz gut gefallen. Aber es war dadurch sehr zeitaufwendig. Darauf will ich hinaus. Auch wenn das Video nur irgendwie zwei Minuten dauert. Dann war es doch mit viel Arbeit und fast so einer Art Stress verbunden. Es war wirklich, ich habe mich nicht gefreut, so wie jetzt hier einfach drauf loszulabern und einen Whisky zu trinken. Sondern es war Arbeit. Nicht, dass ich Arbeit nicht mag, aber nicht bei meinem Hobby. So, den Zehner. Dazu blende ich euch jetzt mal ein Foto ein mit Farben. Ihr seht daneben, natürlich er ist dabei, aber auch der alte Zehner. Im alten Design ist der Whisky aus dem Whisky Quickie Video. Ich hole mal kurz die Dose einmal her. Der ist das. Kommt später nochmal. Oh. Und da sieht man schon, dass sich da was verändert hat. Sie färben ja nicht. Da sind sie ja wirklich gut aufgestellt. 46 Volumenprozente. Hier bei dem Zehner auf jeden Fall auch top. Schon beim alten. Und ich hatte den alten als markant, eigensinnig, wirklich ein eigenes Profil. So habe ich in Erinnerung behalten. Aber ich fand ihn jetzt nicht irgendwie super ansprechend. Und in dem Sinne, dass man jetzt irgendwie die Herzen von Neu-Whisky-Trinkern damit gewinnen kann. Und dann ist mir aufgefallen, dass immer mehr Leute mir oft gesagt haben, Mensch, Aaron, zehn Jahre, den finde ich ja so richtig super. Und ich dachte, Mensch, den hatte ich doch. Weiß ich nicht so ganz. Also ich fand ihn nicht schlecht, aber irgendwie so diese eine Stufe, die fehlte mir. Und ich habe ihn noch nicht probiert. Das Foto ist aber für mich so ein kleines Augenmerkmal, dass da auf jeden Fall ein bisschen mehr Fassaktivität war, was nicht automatisch positiv sein muss. Okay, das dazu. Dann unsere Fassstärke hier. Die ist ja ziemlich, ziemlich hell ausgefallen. Auf dem Foto, das ihr gerade gesehen habt. Was habe ich denn? First Phil X Bourbon wird da als erstes drin gereift. Und dann, ja, eben in Quartercast nachgereift. Also nichts mit Sherry oder dergleichen. Da trennen sie wohl. Da hat man eben die Bodega-Abfüllung. 56,2 Volumenprozente ab 39,80 Euro. Also 40 Euro. Ich habe die Angaben gefunden. Aus dritter Hand sozusagen. Sieben, acht Jahre Reifung und dann zwei Jahre Finish. Wenn der wirklich so alt wäre, dann würden sie eine 8, eine 9, eine 10 draufschreiben. In meinen Augen. Bei den Finish-Sachen, die ich vor dem Jahr probiert hatte, gab es ein paar Angaben bei der einen oder anderen Abfüllung auf deren Internetseite. Deshalb habe ich dort geguckt und da stand diesmal gar nichts zum Alter. Ja, so kurz zusammengefasst. Bin ich gespannt. Man weiß jetzt auch nicht, sind das frische Quartercasts oder eben auch schon benutzte. Mal gucken, wie viel Eichenfracht uns da gleich entgegenspringt. Hier fast Zusammensetzung. Pustekuchen gibt es nicht. Gab es schon bei der alten Flasche nicht. Auch nicht auf deren Internetseite. Da ist wirklich nur Marketinggelaber. Traurig. Also wenn man da praktisch ohne Färbung, 46 Volumenprozente, nicht kühl gefiltert und so, alles richtig macht, dann doch ein paar Infos. Denn die Frage ist ja jetzt, also zwangsweise bei mir, ist jetzt auf einmal Sherry enthalten. Der alte hatte für mich überhaupt keinen Hang zum Sherry. Und hier bin ich jetzt gespannt. So, legen wir zur Seite. Ab 30 Euro. Also das ist auch ein sehr günstiger Stand, ja sehr nicht, aber ein wirklich im unteren Mittelfeld liegender Standard. Um es mal so zu sagen. Da mit 46 Volumenprozente. Es ist der Whisky, den ich kenne von der Seite der Zitrusnote. Von herben Noten, so ein bisschen grasig-mineralisch, würde ich das jetzt zusammenfassen. Aber, jetzt kommt das Aber. Dann kommt auf einmal, oder was heißt auf einmal, gleichzeitig schwingt eine süßere Note mit, eine Fruchtsüße, die so eine leichte Honig-Heide-Assoziation bei mir weckt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich von roten Früchten sprechen will, aber volle Früchte. Fruchtkompott eben. Birne, Apfel, Pfirsich. Dazu diese Zitrusnote, die so einen ganz leichten Haufen von was Tropischen reinbringt. Vanillenoten kommen da durch. Im Blind-Tasting würde ich sagen, ein schönes Wetting mit Sherry, mit Oloroso-Sherry zugegeben, nicht mit PX, wäre jetzt mein Tipp. Und bei dem Alter von zehn Jahren ist oft bei Sherry, dass da eben noch keine Rosinen oder dunkle Trauben und Kirschen durchkommen. Es kommt mir ein wenig so vor, als, also ich könnte mir vorstellen, als wären da amerikanische Sherry-Fässer mit drin. Denn die Eiche, europäische Eiche nach zehn Jahren, die wäre, wenn viel drin wäre, markanter. Es könnte ein bisschen was drin sein. Diese herbere Holznote, so leicht gewürzmäßig, also was ich ihm dann eher andichten will, ist keine weihnachtliche Note, aber irgendwo so ein Hauch Zimt. Zwischen Heide und Zimt, dieser Honignote. Der ist sehr, sehr zusagend. Bevor ich ihn jetzt wirklich schon in den Backen habe, ich blende ihn euch an, das ist der, der Zähne aus meinem Quickie-Video. Kommt alkoholischer rüber. Überhaupt keine Honigsüße oder überhaupt eine sehr dezente Süße, also sehr rau. sehr, und nicht sehr malzig, die Malz, das Malz hat ein bisschen mehr Platz. Es ist, also ich fand das damals auch, das, hier kommt Aaron wirklich als, äh, als rauer Hund rüber. Diese malzige, süße Note ist viel dezenter. So einen leicht mineralischen Touch, leicht grasig. Aber so irgendwie so trockenes Düngras. Heidegras trocken. Puristischer, um es so zu sagen. Hier voller, so einen leichten Hang zur Süffigkeit, zum drin schwelgen, zum drin baden. Ein bisschen wärmer auch von der Grundtemperatur der Eindrücke. Jetzt noch gleich eine Nase davon. Ich weiß nicht. Ich mach jetzt erstmal Sherry aus amerikanischem Holz, mit vielleicht einer ganz kleinen Spur europäischen dabei. Oder Refill europäischem. Einiges schon am Holz da. Also da bin ich jetzt von meinem, würde ich jetzt fast schon sagen, wenn da Sherry drin sein sollte, ist es nicht 90% amerikanische Eiche und 10% europäische, sondern 50, 50, 60, 40, irgendwie so. Voll, so halbwegs frisches Holz. Also ich kenne so Fässer, bei denen man das Gefühl hatte, die Tannine konnten noch gar nicht raus in die Erstbelegung. Das habe ich hier nicht. Aber doch irgendwie so ein bisschen Holzabteilung. Mit so einer leichten, schwer zu sagen. Ich muss ihn gleich nochmal nehmen. Diese Citrusnote. Und dann wird es so leicht, so ein bisschen süßholzmäßig. Leicht ein bisschen so eine T-Note. Schwarzer Tee. In der Nase ist er auch viel, Entschuldigung, in der Nase kommt er so ein bisschen oder eher geschmeidig, süß, süffig rüber. Wenn man ihn dann im Mund hat, dann zeigt er wirklich so ein Küsten-Whisky-Feeling. Von maritimen Noten möchte ich noch nicht mal sprechen, aber er ist so ein bisschen rau. Er ist herb. Er ist irgendwie so leicht frisch. Also finde ich toll. Im Mund kommt dann doch so ein rauer Hund raus, den er in der Nase nicht hat. Wo man in der Nase fast schon erdenkt, jetzt kommt so ein richtig angenehmer, Space-Side-mäßiger Mold gleich in den Mund rein. Und dann hat man doch einen schönen Aaron-Charakter, der dann irgendwie in so einer mineralischen Grundnote endet. Ich habe es bei Eiler ja schon oft gesagt, wenn man da so ein paar Steine ablutscht, wo ich keine Salz-Assoziationen habe. Also zu meiner Erinnerung deutlich besser als das, was ich hier damals probiert habe, was nicht schlecht war. Wie gesagt, versteht mich nicht falsch. Wirklich Sägespäne. Holzverarbeitung. Wo viel Tischlerei. Und dann, wie gesagt, diese leichte, süße, malzige Note. Also es ist ein ganz anderes Spiel. Die Fruchtnote ist auch überhaupt nicht so stark. Auf die bin ich jetzt gar nicht mehr eingegangen. Fand ich, muss ich nochmal gucken. Also dieser, dieser herbe Aaron-Eindruck hat mich da gerade fasziniert. Die Citrusnote ist omnipräsent, aber da Fruchtkompott und sowas, das tritt alles mehr in den Hintergrund. Hier habe ich eben, worauf ich gerade hinaus wollte, diese schöne Citrusnote, die auch recht für sich allein dasteht. Fruchtmäßig. Ich nehme ihn mal eben. mehr Pfeffer. Ein bisschen Schärfe. viel Ex-Bourbon, amerikanische Eiche. Vom Holz her viel Refill, also als wären da schon zweit- oder drittbefüllte Ex-Bourbon-Fässer dabei. Eine leichte Kräuternote, die ich aber jetzt weder, wo ich nicht sagen will, das ist so Heidekraut, wie es mir davor kam, sondern so ein bisschen streng. Ja, Wahnsinn, also muss ich sagen, den fand ich damals nicht schlecht, schon sehr eigensinnig damals und überhaupt nicht für jemanden, der erst seinen dritten oder vierten Moll trinkt, wobei ich hier ja fast schon sagen würde, Mensch, wenn du die Space halt da ein paar durch hast und willst mal ein bisschen was riskieren, aber dich nicht irgendwie bis nach Islay oder Sky traust und willst einen Insel-Whisky und Highland Park war gerade vergriffen, dann nimm doch mal den Aaron. Also für den Preis finde ich das ja super. Wenn ich jetzt bei Highland Park bleibe, 30 Euro, kriege ich 40 Volumenprozente beim Zwölfer. Ich mag den Zwölfer, aber das ist spannend hier. Gut, dann gehen wir jetzt mal zu unserem Quartercast, das vorher in First Fill, First Fill Ex-Burban lag. Also er müsste ja, ich hätte jetzt ja gedacht von der Farbe her, nur First Fill Ex-Burban und dann noch Quartercast. Also für mich muss der sehr, sehr jung sein, da er so wenig Farbe aufgesogen hat. werden wir mal mit Wasser arbeiten müssen. Vanille. Die Citrusnote noch klarer als beim alten Zehnjährigen und frischer. Für mich auch so ein Zeichen, dass er recht jung ist. Das Malz kommt leicht durch. Er hat aber nicht so diese herben Eindrücke, dieses Raue wie der alte Zehner. Und auch hier merke ich, dass ich dem Zehner irgendwie Sherry andichten will. Denn der ist so blank hier, also auf der Ex-Burban-Seite. Das Holz finde ich gerade nicht wirklich stark in der Nase. Es ist eine gewisse Holzwürze da, ja. Aber ansonsten ein bisschen oberflächlich Laff im Vergleich zu den anderen beiden. Aber wir können gleich noch mit Wasser spielen. Da kommen die Quarter-Cars durch. Würze, Würze, Würze. Frisches Holz. Also wenn die mal vorher belegt waren, dann auf jeden Fall nicht lange. Viel. Das ist in meinen Augen nicht nur eben kleine Fässer, sondern kleine Fässer mit frischem Holz. Aber ich wundere mich, dass die dann so wenig Farbe abgegeben haben. Das ist für mich immer so ein bisschen das Gefühl, wir haben zwar kein Alter, aber wir powern so viel Holz rein. Bisschen unangenehm. Vorher kommt eine ganz schöne First-Fill-Ex-Burban-Note durch, muss ich sagen. Also schön cremig, süffig, Vanille, Karamell, die Citrus-Note, ein bisschen jungen, bisschen scharf. Ich weiß ja nicht, ob das mit den Quarter-Casts nicht vielleicht ein bisschen zu viel war. Aber sonst hätte man ihn vielleicht länger im Fass lassen müssen und Alter ist jetzt schwer zu sagen, aber wie ich schon sagte, die haben kein Alter draufgeschrieben und wenn es so wie ich es gehört habe mit diesen sieben, acht Jahre plus zwei Jahre Finish ist, dann in meinen Augen schreibt man das dann drauf. preislich finde ich die ja beide akzeptabel, 40 Euro, 30 Euro. Er sagt mir ein bisschen mehr zu als dieses Bodega-Fass. Also das war so ein hypermoderner Whisky nach Sherry-Spiel, nach der aktuellen Sherry-Spiel-Art. frische, gefühlsmäßig nasse Fässer, die am Ende einen Kauderwelsch irgendwie abgegeben haben. Abgang nicht mehr ganz so extrem. Diese Fass-Fill-Bourbon-Note finde ich am Anfang gut. Cremig, süffig, die Fassstärke schön stark am Pushen und jetzt vielleicht mit Schluck zu Schluck, dass es weniger wird. Und diese Quarter-Cast-Note finde ich so ein bisschen übertrieben. So, wir spülen mal mit Wasser. Dann ruhig mal ein bisschen was dran. Dann wird ein bisschen was runterkommen. So. Warum nicht zehn Jahre einfach auch reifen? So was finde ich schön, wie eben Benromach das macht. Zehn Jahre Fassstärke, zehn Jahre Standard. Gefällt mir. Oder eben Lafroig. Zehn Jahre Fassstärke, klar, eine Sonderauflage, aber sie ist eigentlich für jeden erhältlich. Und, na gut, der zehnjährige Standard hat jetzt nur 40 Volumenprozente. Aber oft ist es ja in meinen Augen ist diese Unsitte verbreitet. Ich kriege eine Fassstärke, ich lasse mal das Alter weg. Wird voller. Überhaupt keine Kräuter. Vielleicht gehen sie jetzt ein bisschen unter, weil er bei den anderen beiden diese Kräuternote stärker war, auch wenn sie sich unterschieden hat. Das ist ja dieses Verrückte. Er wirkt so ein bisschen nicht rund. Dieses Holz, der Quartercast, macht sich in der Nase, finde ich, nicht wirklich bemerkbar. Er hat so eine dezente Holzwürze, versteckt sich da, aber es kommt nichts Rundes, was das Ganze einfängt. Diese vordergründigen Vanille, Karamell, Citrusaromen, die das Holz so ein bisschen pushen kann und ergänzen kann. Das passiert hier nicht. Ich bin schon wie so ein Zauberer. Soll ich mal so ein paar Tricks üben. So. Ja, ein bisschen Wasser tut ihm ganz gut. Die Aromen werden noch ein bisschen voller. Die Cremigkeit breitet sich schön aus, liegt im Mund. Also ein ganz einfacher Whisky. Wenn man da ein bisschen schrauben würde, könnte er mir glaube ich richtig gut gefallen. Aber er ist nicht, die Aromen greifen nicht alle komplett ineinander über und wie gesagt, ihr merkt es, diese Quartercast Geschichte haut mir zu stark rein. Obwohl es mit Wasser verdünnt jetzt deutlich besser ist. Ich will noch einmal den Zehner nehmen. Oder ob sie auch nur einfach First Filter viel rein machen. Ein bisschen oder vielleicht ein Virgin Fass, ich weiß es nicht. Aber man hat sofort eine viel tiefere Fruchtnote, eine etwas dunklere Note, voll süffig. drauf wollte ich jetzt achten. Das Holz schafft es nicht, diesen Peak zu erreichen, aber es ist von Anfang an, breitet es sich viel schöner aus, hält länger an, hat eben, hat eben, ich habe es ja vorhin schon gesagt, so eine leichte Assoziation für mich zu Tee, mini, minimal dunkle Schokolade, wenn ich sie schon vor fünf Minuten hatte und dann noch mal durch die Backen gehe. Gewinner des heutigen Abends, wirklich der aktuelle Zehner für 30 Euro, gehört der für mich in meiner Hausbar, wenn ich mal einen Whisky suche, der ein bisschen eigenwillig ist, aber so diesen Spagat macht zwischen Massenkompatibel und eine eigene Note, was nicht viele können, viele haben eine eigene Note, aber möchte ich nicht immer als Massenkompatibel bezeichnen. Ich hatte letztens den Oben 14 Jahre, ja, ist schon, und der ist auch schon deutlich teurer, aber das ist für mich so ein Ding, der ist nicht Massenkompatibel, auch wenn der so weit verbreitet ist, finde ich, ist der so individuell, dass er diesen Spagat nicht hinkriegt und der Aaron 10 Jahre schafft das, man merkt deutlich den Unterschied zur Space-Side, ich bin an der Küste, ich bin auf einer Insel, was das auch immer heißen mag. Gut, der alte 10er ist dagegen eben nicht ganz so Massenkompatibel. Ich hatte jetzt zuletzt Kommentare bei meinem Talisker-Video, Mensch, Talisker, gleichbleibende Qualität, an dem Punkt will ich auch gar nicht ran, im Gegensatz zu so mancher Brennerei wie zum Beispiel Aaron. Ich habe dann nachgefragt und dann kam eben, dass das Fassmanagement bei Aaron nicht mehr so gut wäre. Ich habe jetzt ja nur den Vergleich mit dem 10er und ich lasse alle anderen Abfüllungen raus, also versteht mich nicht falsch, aber wie gesagt, der alte 10er und der neue 10er sind für mich Welten und zwar Welten in der Hinsicht, klar kann man sagen, der alte, der war so eigenwillig und hatte für mich den absoluten Aaron Charakter und gibt nichts besseres. Da muss ich aber glaube ich Aaron mir schon drauf tätowieren und der größte Aaron Fan der Welt sein. Hier finde ich ist eine tolle Kombination gelungen zwischen dem eigenen Aaron Charakter und einer schönen ansprechenden Note. Okay. Schreibt mir nochmal drunter, was ihr vom Aaron 10 Jahre haltet und was ihr so gemerkt habt. Wenn ihr andere Beispiele habt, wo Aaron wirklich abgebaut hat, wie gesagt so viele Aaron hatte ich noch nicht, würde mich auch interessieren. Umgekehrt auch oder vielleicht sind sie auch einfach nur langweilig gleich geblieben in ihrer Qualität. Obwohl wie gesagt beim 10er kann ich das jetzt nicht unterschreiben. Schreibt es mir drunter. In diesem Sinne macht's gut bis zum nächsten Mal. Bis zum Vielen Dank.